Willkommen von der CS 2016, wo wir bei Lenovo sind und zwar mit dem Yoga 900S, dem kleinen Nachfolger oder der Addition sozusagen zum neuen Hundert, der ja auch noch nicht allzu alt ist. Ihr könnt es sehen, wir haben 12,8 mm in der Dicke, 10,5 Stunden soll das halten, Entschuldigung für das schlechte Lichtverhältnis übrigens. Und auf 12,5 Zoll haben wir hier eine Auflösung von 2560 x 1440, also natürlich ein hochauflösendes Display. Das Gerät ist nicht nur dünn, sondern auch leicht. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie leicht, aber es liegt auf keinen Fall ein Kilogramm. Aber ihr habt auch hier wieder die Möglichkeit, wie immer bei den Jogas das Ganze hier 360 Grad einmal umzuklappen. Das finde ich immer wieder super. Schauen wir uns die Anschlüsse an. Wir haben einmal den Alarm hier am USB-3 Stecker dran, Standard USB 3A Headset und An- und Ausschalter natürlich an der Seite, weil wir ein Tablet sozusagen hier in der Hand haben. Auf der Seite ist gar nichts und auf dieser Seite haben wir einen weiteren vollwertigen USB-Stecker, der aber auch der Stromstecker ist gleichzeitig und ein Type-C-Connector auch, über den wir auch laden können und weitere viele Dinge anschließen können. Und natürlich ein kleiner Reset-Knopf auch noch mit dabei und ja, vorne natürlich nichts. An der Unterseite können wir ein bisschen Schrauben abmachen und rumspielen, wenn wir mit SSD oder so uns auskennen, damit wir das upgraden. Aber die Farbe zum Beispiel auch sehr schön hier von Lenovo ausgesucht, so ein bronziges Design und auch die Tastatur ist schick, wobei mir die weißen Tasten, die zwar leuchten, nicht ganz so gut gefallen, weil wenn viel Licht drauf fällt, dann sehe ich nicht, wo welche Taste ist. Aber mit dem richtigen Lichtanfall kann man die auch noch ganz gut erkennen. Multi-Track-Pad fühlt sich auch gut an, beziehungsweise das Lederinnere finde ich auch immer super. Bei dem 900S kann ich auf jeden Fall 10,5 Stunden Power hier dann immer mit mir mittragen, wobei mit dem Intel Core Imports, das haben wir nicht ganz so viel Power, aber dafür eine lange Laufzeit. Hier zum Beispiel steht gerade 11 Stunden bei 100 Prozent. Ich habe den Stecker ja gerade abgezogen. Wenn wir einen Intel Core E wollen, ein bisschen dicker und trotzdem lange Laufzeit, gibt es noch die Yoga 900 Business Edition. Dazu dann mehr in einem anderen Video. Dafür einfach meinen YouTube-Channel abonnieren oder mal ein bisschen rumschauen, was es hier so alles in Las Vegas auf der CS so gab. Denn ich habe ein paar hundert Videos hier für euch gedreht in diesem Stil. Also für den Zuschauer, mein Name ist Badershkal, das war hier das brandneue Lenovo Yoga 900S in einem ganz kurzen ersten Eindrucksvideo aus Las Vegas.